Schön, dass du heute dabei bist bei dieser neuen Schlafhypnose. Mit ihr wirst du nicht nur einschlafen und besser durchschlafen, sondern auch langfristig immer besser einschlafen können. Je öfter du diese Hypnose verwendest, desto stärker wird dein Unterbewusstsein das Gesagte verankern. Doch bevor wir anfangen, würde ich mich riesig freuen, wenn du das Video bewertest und vielleicht auch einen Kommentar schreibst, wie gut die Hypnose bei dir funktioniert hat. Und nun wünsche ich dir eine gute Erholung und einen tollen Schlaf. Suche dir einen Ort, an dem du völlig ungestört bist und so richtig entspannen kannst. Mach es dir bequem und lass all den Stress des Tages los. Nur du und dein Wohlbefinden sind jetzt wichtig. Alles Unwichtige darf vorbeiziehen. Wenn du dich bereit fühlst, dann atme sanft durch die Nase ein. Halte den Atem kurz und atme langsam durch den Mund aus. Fühle eine tiefe Erfüllung, wenn der Sauerstoff deinen Blutkreislauf erreicht. Einatmen, den Atem halten und den Stress ausatmen. Atme so ein paar Mal weiter. Ich dimme nun den Bildschirm. Spüre auch, wie deine Augenlider immer schwerer werden. Wenn dich der Wunsch erreicht, sie zu schließen, dann tue es. Lass sie ganz schwer werden. Wie zwei Magneten, die sich anziehen. Mit jedem Atemzug immer stärker. Während du meiner ruhigen Stimme laust, so nimm auch deine Umgebung wahr. Hör genau hin. Welche Geräusche hörst du in deiner Umgebung? Sei dir den Geräuschen bewusst. Achte darauf, wo du sitzt oder liegst. Wie fühlt sich die Unterlage an deinem Körper an? Stell dir vor, in sanfte Ruhe zu gleiten. Mit der Zeit darf alles langsamer werden. Als würden die Uhren aufhören zu ticken. Deine Augen sind ganz schwer. Und wenn noch nicht geschehen, so kannst du sie nun schließen. Erlaube allen Muskeln zu entspannen. Als würdest du sanft in dein Bett hineinsinken. Wie in einem Sog. Mit jedem Atemzug immer weiter nach unten. Und mit der Tiefe darf auch die Entspannung kommen. Vielleicht fühlst du dich schon etwas gelassener. Eine sanfte Schwere. Sicherheit. Wärme. Ruhe darf ganz von allein kommen. Lausche einfach meine Stimme. Sie kann dich beruhigen, dir helfen, tiefer zu gehen. Nun fühle in deinen Körper. Beginne bei Armen und Händen. Wie fühlen sie sich an? Vielleicht sind sie schon etwas schwerer und träger. Deine Arme können schlaff an der Seite liegen. Spüre, wie sie auf deinen Wunsch hin noch mehr entspannen. Ganz locker und weich werden. Gehe weiter zu deinen Schultern. Lass sie etwas tiefer sinken. Als würden alle Lasten abfallen. Du kannst doch etwas deine Schultern kreisen. Wohltuend lockern. Und dann lass die Muskeln locker. Auch deine Finger sind entspannt. Anspannung verschwindet. Alles darf lockern, drohen. Nun wandere zu deinen Augenlidern. Nimm deine geschlossenen Augen wahr. Vielleicht siehst du einige Farben, Lichter und Formen, die kommen und gehen. Das Auftauchen und Abtauchen. Du kannst deine Augen auch etwas bewegen. Geschlossen nach links und rechts. Oben und unten schauen. Vielleicht spürst du angenehme Wärme. Oder einen sanften Schauer. Das ist völlig normal. Nimm die Farben und Formen wahr. Lass sie kommen und gehen. Gleite immer weiter. Du kannst dir erlauben, immer schläfriger zu werden. Immer müder. Vielleicht magst du auch noch einmal gähnen. Oder seufzen. Tief durchatmen. Es gibt kein richtig oder falsch. Wenn du deinen Körper noch einmal ausrichten möchtest, dich etwas strecken oder deine Position ändern magst. Tue dies jederzeit. Du hast die Kontrolle über deinen Grad der Entspannung. Tief durchatmen. Und wenn du dich müde genug fühlst, dann kannst du dich zu jeder Zeit von meinen Worten lösen. Einschlafen. 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 In wundervolle Träume gleiten. Wellen der Ruhe überspülen dich. Stell dir vor, wie sie langsam über die Stirn fließen. Sanft und beruhigend. Sanft und beruhigend. Schlafen. Völlig entspannt. Langsam fließen die Wellen durch Brust und Arme. Ganz sanft. Über und durch den Bauch. Bis hin zu den Zehenspitzen. Wenn Entspannung ein Ozean wäre, dann bist du tief in ihm hineingetaucht. Doch manchmal muss man zurück an die Oberfläche, um neue Tiefen zu erreichen. Wenn ich nun von eins bis drei zähle, dann öffne bei drei deine Augen. Und wenn du sie dann wieder schließt, so spüre eine noch stärkere Entspannung. Eins. Lenke den Fokus auf deine Augenlider. Spüre sie ganz bewusst. Zwei. Gib etwas Kraft hinein. Und drei. Öffne die Augen. Nimm wahr, wie schwer es ist, sie offen zu haben. Den Wunsch nach Ruhe und Entspannung. Und nun lass sie zufallen. Die Augenlider schließen. Schwer und entspannt. Unendlich angenehm. Spüre die Entlastung. Wohltuende Schwere. Vielleicht ein Schauer, der von deinen Augen über Kiefer und den Nacken fließt. Spüre deine Arme, Schulter und Nacken, Baden, Beine und die Füße. Gleite in eine tiefe Ruhe. So unendlich wohltuend. Dein Körper wird immer schwerer und schwerer. Sink in ein Ozean der Entspannung. Mit jeder Sekunde zweimal tiefer. Mit der neuen Tiefe dreimal gelöster. Stell dir vor, wie Müdigkeit in die Muskeln sickert, die deine Augenlider bewegen. Die kleinen Muskeln können völlig entspannen. Angenehm träge. Lass sie noch schwerer werden. Bis sie völlig wohnen können. Immer schwerer und schwerer. Dass es zu anstrengend wird, sie jetzt noch zu öffnen. Einfach ruhen lassen. Einfach ruhen lassen. Wellen der Tiefe und Wärme. Jede Ton der Musik lässt dich entspannen. Immer weiter singen, mit jeder Sekunde, immer mehr. Je tiefer du singst, desto wohler kannst du dich fühlen. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer singst du. Erlaube dir, weiter zu entspannen. Weiter zu gleiten, alles löst, alles lockert, die Muskeln sind völlig ruhig. Ja, nimm es in dich auf, spüre das Wohlbefinden. Jede Zelle regeneriert und stärkt. Wenn du magst. Dann zähle nun abwärts von 100 bis 1. Jede Zahl kann dich doppelt so tief entspannen. Dir helfen, immer mehr Lust zu lassen. Alles vorbeiziehen zu lassen. Dabei musst du nicht bis zum Ende zählen. Wenn du müde genug bist, dann höre auf. Es ist völlig egal, wie du entspannst, ob du zählst, dich treiben lässt oder meine Stimme laust. Du bist in den Tiefen deiner Entspannung. Vielleicht denkst du auch an eine schöne Situation. Male dir aus. Du bist auf einer wunderschönen Tropeninsel. Klares Wasser. Perfektes Klima. Palmen und weicher Sand umgeben dich. Visualisiere die Ruhe der Natur. Das Auf und Ab der Wellen. Hier auf deiner Insel ist eine wunderschöne Hütte gelegen. Um ihr herum wachsen Früchte und Gemüse aller Art. Ein tropischer Garten. Es gibt keine Eile. Nur das Rauschen des Meeres. Auf und Ab. Halte diesen Ort in dir. Spürst du, wie gesunde Distanz dazu führen kann, die Gedanken allmählich schwinden zu lassen? Das Schaffen eines Schutzraums kann dir helfen, Dinge hinter dir zu lassen. Nur du bist hier wichtig. Beschützt in deinem eigenen Raum. Vielleicht magst du dir vorstellen, in deine Hütte zu gehen. dich in dein Bett zu legen und das Meer zu beobachten. Fühle dich müde. Lass alles hinter dir. Einfach hinlegen und treiben lassen. Sei es für einen kleinen Moment. Immer weiter gleiten. Immer weiter gleiten. Völlig frei. Tief und fest entspannt. Tief und fest entspannt. Vielleicht magst du noch etwas weiterzählen. öfters. Sein – für dich. Behörden. Sein. 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 Endlich. Sein. Sein. Einer. Einer. Eine. Einer. Mach nur den Wellen zu, nur für einen kleinen Moment und schon singst du weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Lausche nun folgenden Affirmationen. Wenn du magst, dann sage sie dir mit deiner inneren Stimme nach. Mein Körper ist völlig entspannt. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Die Zeit ist wie ein schlängelnder Fluss, der bergab fließt. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Doch im Moment ist der Fluss der Zeit zum Stillstand gekommen. Der Fluss ist gefroren, zu Eis geworden. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich fühle mich immer wohler. Wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Morgen ist ein neuer Tag. Die Muskeln sind locker. Es gibt nichts zu tun. Nur diesen Moment. Du bist frei. von Raum und Zeit. In deinem Tempel der Ruhe. Führe. Wie der Brustkorb hebt und senkt. ganz von selbst. Ganz von selbst. Die Atmung fließt. Sie kann auch ein Anker sein. gehen. politisch. und die Atme. die Atmen. Kehre zu ihr zurück. Sei ihr stiller Beobachter. Fühle den Rhythmus, Ständigkeit. Auf und ab, sanfte Wellen. Lenke den Fokus auf die geschlossenen Augen. Schau dir die Farben an. So lange, wie du es für gut hältst. Einfach wahrnehmen. Kaleidoskupe, die langsam ihre Muster verschieben. Fließende Bahnen. Farbflecken. Sie lassen dich tiefer sinken. Töfen sich ausbreiten. Dich umhüllen. Schwerelos. Stell dir vor, schwebend in der Unendlichkeit zu sein. Der Fluss der Zeit ist eingefroren. Die Welt im Stillstand. Das Ticken der Uhren kommt zum Stehen. Du fühlst dich wohl. Ein Kaleidoskop der Farben vermischt sich und formt immer neue Muster. Sie verschmelzen und formen sich neu. Du schwimmst in einem Ozean aus Farben. Entspannt und befreit. Schwebend in einer Welt der Lichter. Ein Meer der Strömungen. Sicher und geborgen. Nur du und dein Wohlbefinden. Du schwebst inmitten von allem. Schwebend in einer Welt. Behütet und beschützt. Gleite in wunderschöne Träume. Gleite in einer Welt. Stehe morgen erfrischt auf. Schlaf schön. Du hast es dir verdient. Du kannst schlafen. wohnen. Dich treiben lassen. Dich treiben lassen. Du wohnen. Du wohnen. Und du wohnen. Wohnen. Mein Körper ist völlig entspannt. Mein Körper ist völlig entspannt, mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen, alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin, es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten. Ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten. Ich fühle mich immer wohler, wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere. Mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwo hin. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Die Welt wird auf mich warten. Mein Körper ist völlig entspannt. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich fühle mich ruhig und entspannt. immer nach unten. Ich sinke immer weiter. Tiefer und tiefer nach unten. Ich fühle mich immer wohler. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Ich fühle mich ruhig. Wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Die Welt wird auf mich warten. Mein Körper ist völlig entspannt. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Ich kann entspannen. Ich kann entspannen. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich sinke immer weiter. Tiefer und tiefer nach unten. Ich fühle mich immer wohler. Wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Wie in einem Kokon aus Behaglichkeit. Mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere. Mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere. Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwo hin. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Die Welt wird auf mich warten. Mein Körper ist völlig entspannt, mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum, ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt, die Welt ist im Stillstand, ich kann entspannen, alles ist getan, jeder Muskel ist locker, ich muss nirgendwo hin, es ist alles getan, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich fühle mich ruhig entspannt, ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten, ich fühle mich immer wohler, wie in einem Kokon aus Behaglichkeit, mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere, mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere, ich bin sicher und geborgen, ich muss nirgendwo hin, ich muss nirgendwo hin, alles ist getan, alles ist getan, alles ist getan, die Welt wird auf mich warten, mein Körper ist völlig entspannt, mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum, ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt, ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt, die Welt ist im Stillstand, die Welt ist im Stillstand, ich kann entspannen, alles ist getan, alles ist getan, ich kann entspannen, alles ist getan, jeder Muskel ist locker, ich muss nirgendwo hin, es ist alles getan, jeder Muskel ist locker, ich muss nirgendwo hin, es ist alles getan, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich fühle mich immer wohler, wie in einem Kokos Behaglichkeit, mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere, mein Körper ist umhüllt von sanfter Schwere, ich bin sicher und geborgen, ich bin sicher und geborgen, ich bin sicher und geborgen, ich muss nirgendwo hin, ich muss nirgendwo hin, ich muss nirgendwo hin, alles ist getan, alles ist getan, alles ist getan, die Welt wird auf mich warten, mein Körper ist völlig entspannt, mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum, ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt, ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, die Welt ist im Stillstand, ich kann entspannen, alles ist getan, jeder Muskel ist locker, ich muss nirgendwo hin, es ist alles getan, jeder Muskel ist locker, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich fühle mich ruhig und entspannt, ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten, ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten, ich fühle mich ruhiger, ich fühle mich ruhiger, wie in einem Kokomus Behaglichkeit, ich fühle mich ruhiger, Mein Körper ist umhöhend von sanfter Schwere. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwohin. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Mein Körper ist völlig entspannt. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird, bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten. Ich fühle mich immer wohler. Wie in einem Kokos Behaglichkeit. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so. Mein Körper ist umhöhend von sanfter Schwere. Ich bin sicher und geborgen. Ich muss nirgendwo hin. Alles ist getan. Die Welt wird auf mich warten. Mein Körper ist völlig entspannend. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsamer wird. Bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Jeder Muskel ist locker. Ich muss nirgendwo hin. Es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig und entspannt. Ich sinke immer weiter, tiefer und tiefer nach unten. Ich sinke immer weiter, tiefer nach unten. Ich fühle mich immer wohler, wie in einem Kokos Behandlichkeit. Mein Körper ist gemüt. Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher. Ich bin sicher und geborgen. Ich bin sicher. Mein Geist ist sicher in meinem eigenen Raum. Ich merke, wie die Zeit immer langsam wird, bis sie stehen bleibt. Die Welt ist im Stillstand. Ich kann entspannen. Alles ist getan. Jeder Muskel ist gelungen. Ich muss leben. Es ist alles getan. Ich fühle mich ruhig entspannen. 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 Ich bin aus dem Land. Ich habe schon gesehen, was mir alles gehört. Ich bin aus dem Land. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020